Ey, du hast die Boar da schon, Philipp. Hallo! Tschüss, guck mal. Das ist eine Kiste. Das ist ein Spawner mit Monster. No. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Babaambau2. Servus! Und der Start geht gleich los! Hallo! Jo jo! Jo! Guten Tag! Philipp, warum rennen wir denn nach? Wo ist unser... Komm! Siehst du mich? Ja. Ja, rennst du mich nach? Passt. Nicht zuverspringen! Okay, dein MCT hätten wir machen können, machen wir kurz. Okay, ich stehe gleich wieder. War nicht so eine schöne Idee. Warum hat er den Server verlassen? Oh, das ist heute Nachtscheintag, aber für alle, die was es nicht wissen Aufnahmezeit ist vorbei, Loll Aufnahmezeit ist vorbei, da haben schon alle Der Nächste hat den Server verlassen Ich glaube, ich spinne Warum, die haben alle genug Zeit gekriegt Ich check gar nichts mehr Hey, jetzt habe ich meine 30 Minuten Und meine Folge 2, ja Loll Bist du bei mir? Ja Ja, ich mache einfach weiter Hättest du es drin? Hättest du es drin? Loll Leider ein bisschen Leben verloren schon früh Ganz schlecht, gib dir die Hose, gell? Ja Hättest du es drin? Ja Sehr cool Philipp, du brauchst Essen Und wir gehen jetzt weiter Also ich gehe jetzt weiter, gell? Ja Und suche Essen Dann noch aber wo ist Ich hoffe, die anderen kommen, oder? Super Für mich ist kein Schwert, gell? Ich finde leider kein Essen an Ja 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 Ich gehe noch Oder Sollen wir jetzt einfach schon Wir machen jetzt einfach schon Starr gekippt, oder? Ja Passt Sollen wir mal Ausschau halten, oder? Da einfach ein bisschen Bauen So Ich bin schon Episode 2 Leider Weil ich Das einstellen habe müssen noch aufs Server und so weiter Deshalb Aber Ich werde mir einfach später die Zeit geben, damit ich die dann weitermachen kann So So Sollten auf jeden Fall Zucora suchen Und Soll ich dir gleich Starrschwert noch alles machen? Ja, bitte Alles klar Alles Starr? Komplett ausgestattet, oder? Aber leider will ich etwas wegschließen Hintest du erst später mal Schaust die Bilder zurück, ob da nicht doch wer kommt Ja So, du kriegst auch eine Spitzhacke Nein Ist doch kackt Hm Hm Achso So Ich mach gar nichts Schön Da oben sollte irgendwo ein Starrschwert liegen Ja, das ist auch so Geschirr Ja, das Ich hoffe, du musst es komplett fliegen Ja, mach ich gerade Achso Leider bin ich deswegen Das braucht mehr Oh, da ruft mich einen an Fix wegen dem Projekt Da Ich gebe uns später ein bisschen mehr Zeit Aber warte Ich gebe uns später ein bisschen mehr Zeit So Sehr gut Philipp Mhm Hast du alles? Noch kein Starrkipp Ja, ich auch nicht Gehen wir weiter So, wie gesagt wir brauchen Essen und Zucker Und dann suchen wir uns eine Höhle Mhm Also wir können jetzt schon eine Höhle suchen Und uns merken Okay Mhm Passt Da ist eine Höhle auf jeden Fall Ich glaub es war da schon wieder drin Was ist noch? Hier noch Hier noch So will ich Essen schon? Ich weiß Und immer schön brav zusammen bleiben Ja, ich geh gerade bin weit Ich wollte Zwischen durch Minions Witzigerweise Ist ja egal, ich soll noch so Minions Witzigerweise Witzigerweise Glaube ich, dass dort noch keiner war Aber obwohl Es ist halt nur Kohle draußen Philipp Ja Wir haben jetzt auf jeden Fall Kohle zum Braten Das ist gut So Wo bist denn du hin? Auf dem Grottersweiter? Auf der Weide? Auf der Weide? Auf der Weide? Ich finde uns ja nie mehr Ja Magst du nicht Bisschen weiter kommen? Wie weit bist du denn circa gegangen? Ja, aber wir finden uns nie mehr Hier auf dem Bauen Dann sind wir Ist vor dir ein Berg Wenn es gar nicht ist Aber ist ein hart Ein kleiner Berg auf jeden Fall Ich bin Minus 300, Minus 350 Ok, jetzt wird es wieder mal kompetent Rot aus, wenn ich nur gehe Ja, gehen wir beide auf einen Baum und dann gehen wir nicht mehr auseinander Ich bin über den Berg Dort ein Berg? Ja, riesiger Berg Also bist du schon weit gegangen Ich finde leider gerade nur Essen Und die Folge ist wohl genau für gar nichts wieder mal Ich finde da kein Zuckerrohr Und Philipp, geh nie mehr so weit weg, danke Wir wollen ja Essen Ja, aber wir wollen ja nicht in der ersten Folge sterben Wegen was? Wegen was? Wenn zwei Leute mich anfinden Finden sie nicht Finde ich die nicht mehr an Und ich stirb Wir brauchen einen Leader Und einer der was nachgeht Ich bin jung gesagt, ich gehe das voraus Ja, ok Wir müssen noch ein bisschen üben Ok Ja Und du Inkompetent bist, hörst du ja nicht Ja, ich habe keinen Lack heute Ich bleibe jetzt einmal da Unterbraten Hast du schon ein Stauspiel zugefügt? Nein Also du machst ganz im Glück Wurde ich machen, ich habe sie gefühlt zweimal zugelaufen Ich stirb fast, wenn du das wissen willst Das ist mein Problem Du musst dir sagen Ich brauche es nicht so Ja Warum ist der gestorben? Der beste war ja, ich weiß nicht wie oft er am Service ist Ja, schauen wir mal Warum fragen die mich immer mehr an der Folge Ja, das ist so nervig Ich kann dir nicht schlagen, oder? Du kannst deine Sache einfach reinhauen in das Brot Wir brauchen noch sehr viel Wir brauchen noch alles, wir haben noch genau gar nichts Oh Gott Wir brauchen eine Höhle und Zuckerware und Essen Jetzt wohnen wir in der Hölle rein Hast du gefunden? Nein Das ist erstens viel zu weit im Spawn Viel zu weit weg Und wir brauchen Essen und Zuckerware Und da brauche ich jetzt Essen und Zuckerware Dann geht jetzt jeder irgendwo hin Und wir treffen uns zusammen Wenn wir unsere Ressourcen haben Würde ich sagen nein Aber wenn du das so meinst, machen wir das Okay Du meinst wir suchen Drei Zuckerware wären reichlich genug für einen Verzauungstisch Mhm Und ich würde immer Zuckerware in der ersten Folge fast suchen Weil Später Findest du noch weniger Und Essen auf jeden Fall Bist du da unten im Wasser wahrscheinlich Ich bin da unten im Wasser Ja, aber ich gehe trotzdem in die Richtung Ich will nicht zu weit auseinander Ich gehe irgendwo an Ähnliche Richtung aber anders Ja Ich gehe Richtung Sonne aber das sagt dir jetzt nicht früher Nop Oh jee Wie immer die erste Folge ist bei uns immer lehm Ja Hier ist Farm drin Farm drin Mit Philipp und Alex Ich finde nichts an Das ist ja Wahnsinn Ich finde keine Tiere und kein Zuckerware Es ist einfach Ich finde Tiere Wenigstens nicht Echt? Ja Ich bin nur gerade ausgegangen Ich gehe weiter links Ja Immer ganz viele Tiere Und Zuckerware Jetzt können wir auf jeden Fall schon Zuckerware anpflanzen Aber wir haben noch eins zu wenig Aber wir können uns wenigstens anpflanzen Like Oh Schweinchen Ich fühle was ich noch gesehen habe Ist immer gut So wenn ich die ganzen Schweinchen danach gewischt Dann ist gut Und der MCT machen wir mal genau Nicht da oder? Der ist aber nur am Start gemacht logischerweise Alter diese Fragen immer wieder Und immer gut dass ich das während des Alter wie viel Vieh hier kann man da gerade frage ich mich gerade Ich habe eine Schlucht angefangen Das ist gut Siehst du ob der noch Items hat oder keine? Ich spiele es Okay das merkst du dir bitte So Ich habe noch 4 Minuten und du? 5 5 Okay Ich mache mir kurz ein Boot Ich glaube da bin ich jetzt auf Spurschnall Ich glaube da wo wir waren waren noch gar nicht so viele wie ihr erwartet Ja Ich habe schon Hornstick Fleisch Cool Ziemlich praktisch mit dem Boot Da verbraucht man kein Essen Und kann ziemlich schnell Das ganze Wasser entlaufen Zombie Hey du hast die Border schon Philipp Ich höre es gerne Das ist eine Kiste Das ist ein Spawner mit Monstern Nein Ich hoffe ihr schafft das Boah die Sound Die Sound geht ziemlich leise Fällt mir auch Oh nur Blödsinn drinnen Okay Aber ein bisschen Essen Lustig Hey nimm die Kisten gerne mit Wir brauchen mehr Drei Minuten Drei Minuten und du? Drei Minuten Gut Drei Minuten 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 Drei Dreinejuter Drei Minuten Ja, wo du mich gesehen hast? Ziemlich am Anfang vom Wasser. Okay, dauert noch ein bisschen. Die Board ist anscheinend schon bei 500, gell? Philipp, weil pro Spieler wird die Board am 35 kleiner, wenn einer stirbt natürlich. Ich glaube, ich bin da in der Nähe, Philipp. Okay. Ich bin neben der Wüste, auf dem Bär. In der Wüste. Neben der Wüste, ja. Minus 560, minus... 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 Fast viermal. Okay, ich bin in der Nähe, auf jeden Fall. Inwärts, oder? Ich stehe fast in die Inwärts. Okay, ich weiß jetzt wohl nicht. Okay, ich weiß jetzt wohl nicht. Nein, 20 Sekunden, ich komme nicht einmal mehr bis zu dir. Ich glaube, ich habe den nochmal gesehen. Super. Ich bin höll ja auf jeden Fall. Äh, ich bin bei der Schlucht, glaube ich, wenn das Tier ist. So, bin raus. Danke fürs Zuschauen, ihr Noobs. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye, bye.